hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von medieval dynasty aus dem oxbow ja ich bin gerade dabei oder wir sind gerade dabei eine weitere schmiede zu bauen damit sie eine mine das heißt wir können eine schmiede nutzen die dann wirklich hauptsächlich barren produziert wir wohnen hier holzfäller und jäger ja das passt die sachen sind beide gleich da hinten genau eine schmiede die dann die barren produziert und eine schmiede da werden dann die zwei leute hier drin arbeiten die können beide sind beide guten crafting und die kann man das werkzeug produzieren so die idee also ich brauche noch mal bretter ich habe zwar welche gemacht aber ich muss natürlich noch ein teil hier holen acht theoretisch wenn ich mich nicht verrechnet habe so theoretisch 8 2 und hier dann 6 genau passt richtig gerechnet so dann werde ich hier huberta und lutomir hinsetzen huberta weil die kann crafting besser als jagen sogar die hatte ich nur vorübergehend in die jagdhütte gepackt schmiede genau und lutomir da ist koch der hat ja wir hatten nur zwei jahr aber der wird dann auch noch besser so und der schmiede müssen wir natürlich noch aufgaben zuteilen ich überlege gerade eisenwerkzeuge könnten die natürlich auch schon mal machen müsste ich glaube ich nur freischalten habe ich das geld ne da fehlt aber noch die technologie für okay damit ist die frage auch geklärt dann machen die bronze werkzeuge bronze hammer bronze messer bronze hacke bronze spitzhacke natürlich und bronze sichel bronze senser haben wir noch nicht ne bronze sichel so das sieht doch schon mal ganz gut aus und dann kann die schmiede hier tatsächlich verstärkt bronze barren machen davon noch mal weniger eine darfst du noch machen so muss ich nur gucken dass das vom verhältnis hier passt ja so sieht es ganz gut aus zur not müssen wir auch noch ein paar bronze barren hin und wieder mal machen so dann arbeiten die nämlich direkt gegenüber ihrer arbeitsstelle quark wohnen die direkt gegenüber ihrer arbeitsstelle da fehlt werkzeug der näherei fehlt flachshalm das ist okay da mach du mal mehr wolgan ne nicht mehr leingegewebe davon eher weniger mehr wolstoff so okay und der schmiede fehlt was bronze barren machen wir gerade noch welche dann machen wir geschwind mal welche kupfererz sollten wir ja genug haben ja kupfererz haben wir sogar eine ganze menge eventuell machen die auch noch ein bisschen kupfer werkzeuge so 40 haben wir 40 zinnerz haben wir hoppala da war die falsche taste da nehmen wir auch 40 von mit mach gerade mal einen gewichtstrank muss ich auch noch wieder welche holen machen wir gleich und dann können wir hier gerade mal einen schwung so hi luto mir darf ich da gerade mal in die esse dran dann kann ich euch nämlich für werkzeug äh material besorgen so machen wir 20 davon geht ja relativ schnell und dann machen wir packen wir die bronze barren kurzerhand hier in die kiste dann haben die erstmal einen vorrat und dann kann ich gucken dass ich neue leute her krieg das ist natürlich solange ich halt jetzt äh naja kommen den hoheiten nicht zu nahe äh genau dann kann ich nämlich eventuell brauchen wir vielleicht ne äh ja vielleicht brauchen wir noch eine dritte schmiede müssen wir mal gucken oder ich muss halt selber immer mal wieder noch hi huberta oder ich muss halt immer mal wieder selber noch gucken dass ich ähm bronze barren mache weil solange ich keine eisenwerkzeuge verarbeiten kann ist natürlich immer das problem äh oder die müssen hier halt ein bisschen kupfer nebenher noch machen das wäre auch noch eine möglichkeit dass ich weniger bronze werkzeuge mache und dann noch ein paar kupfer auf jeden fall müssen wir mal schauen ja ja bring ruhig ich brauche noch leute aber die sollten gut im craft äh in gewinnung sein da brauche ich momentan hauptsächlich welche da gehen wir gleich auch noch auf suche reiten wir nach astoria und schauen mal ob wir da welche finden oder ein rollnitzer hmm rollnitzer könnten wir auch hin so jetzt habt ihr genug bronze barren erstmal ups so zack zwei andere sachen fehlen aber auch noch wem fehlt denn noch was der schmiede da fehlen noch bronze barren ja macht mal mehr bronze barren so kräuter hätte fehlt was wo die kann ich auch noch aufrüsten fällt mir ein breitwegerich müssen wir mal breitwegerich sammeln dann mach mal mehr von denen hier so dann sollten eigentlich alle versorgt sein gewichtstränke nehme ich noch mit dass wir da auf jeden fall welche haben so dann gehen wir mal auf bewohnersuche hi stois lava entschuldigung was zu essen brauche ich noch haben wir hafer haferbrei wäre mir ganz recht oder fladenbrot mit zwiebeln geht auch aber haferbrei wäre mir eigentlich ganz recht ne haben wir aber keinen weil der natürlich für äh mehr gewicht sorgt dass ich tragen kann ne so gucken wir mal wen wir mitnehmen hey die hatten wir schon lange nicht mehr ne jeder mit der waren wir eben erst unterwegs karl hey die hatten wir schon lange nicht mehr dabei so dann gehen wir mal leute suchen ne wir brauchen vier bergbauarbeiter und zwei holzfäller also alles gewinnung nur gewinnung gucken wir mal was wir so finden wahrscheinlich müssen wir eh rollnitzer und austroja gucken dann gehen wir erst nach rollnitzer glaube ich und dann noch austroja da fehlt schon wieder material wem fehlt denn kräuterhütte ach der brach auch breitwegerich okay dann macht die anderen tränke ja oder du kannst nebenher noch gift machen das ist auch noch eine idee das können wir nämlich verkaufen nacht sich trank gift starte damit mal durch so holzfäller genau holzfäller und dingsarbeiter minenarbeiter also drei brauche ich im moment eigentlich nur aber dann könnte ich äh einen noch in den äh grabungsschuppen reinstecken und da arbeitet nämlich glaube ich einer aus weiterer Entfernung dann käme der woanders hin weil ich will ja versuchen dass ich die Leute möglichst nah an ihren Häusern arbeiten lasse so mein Ziel also das Arbeitsplatz und Haus möglichst dicht beieinander sind nicht wie ich es im Tal habe da haben wir ein Arbeiterviertel oder da haben wir ein Viertel wo die ganzen Produktionsgebäude stehen und äh und äh ja die Leute wohnen halt relativ weit weg davon es war ja damals eigentlich eher unüblich man sieht hier ja auch in den Dörfern Piastovia und so da wohnen die Leute eigentlich immer dicht bei dem oder auch hier in uns in Rollnitzer wo wir jetzt hinreiten da kann man es auch schön sehen da wohnen die Leute halt eher dort wo sie tatsächlich auch arbeiten okay Holzpferder sind natürlich im Wald Jäger sind natürlich auch im Wald das ist schon getrennt voneinander aber äh so jetzt die Schweinehirtin oder der Schmied oder die haben wohnen halt auch direkt dort das macht ja auch Sinn ne und so will ich das halt auch möglichst jetzt handhaben Kräuterhütte 2 muss ich noch bauen da muss ich mal gucken wo der Kräuterdude wohnt weil dann baue ich die dem dorthin wo er auch wohnt vielleicht können wir da noch eine Kräuterdudin dazu tun was ist denn hier das war mir noch gar nicht aufgefallen die haben das so eingezäunt war das vorher auch schon oder ist das neu ist das mit einem Update reingekommen so das fände ich schön wenn unsere NPCs das auch nutzen würden die Sachen das wäre echt schön aber hier seht ihr hier ist die Schweinehirtin die wohnt hier und hat da auch die Arbeitsstätte warum die ein Bärenfell da vorne hat das ist mal noch offen wobei wahrscheinlich jagen und gerben die Leute alle auch ein bisschen das ist auch schön da könnten wir auch noch so Sitzplätze das müsste ich auch noch bei mir machen jetzt gehen wir aber erstmal gucken was wir hier für Leute haben Gewinnung sollten sie halt möglichst können wenigstens als Zweier außer die haben ausschließlich einen Sat ja dann würde ich auch so einen nehmen und Männlein Weiblein ja wir haben nur eine Frau hier und die kann Gewinnung oh du bist meine Frau also nicht meine aber du bist herzlich willkommen in meiner Siedlung ja sehr gut wir sehen uns dort wie alt bist denn du äh 28 ok lebt wohl 28 er ist 18 und er kann auch Gewinnung ja nur als Zweier aber er kann es ich bin dabei eine neue Siedlung aufzubauen wie sieht es bei dir aus du hast es auch als Zweier ist auch ok wir sehen uns dort und du hast sogar ein Dreier sehr gut wir sehen uns dort sehr schön dann habe ich alles schon nicht alles aber ich habe schon mal ein Teil von den Leuten den wir brauchen so ich würde die 28 jährige und den 30 jährigen zusammenpacken äh die würde ich auch als Holzfäller nehmen so und genau Holzfällerhütte Holzschuppen und dann wo ist die Dame da die ist 28 die kann dann nämlich zu ihm und auch die kann in die Holzfällerhütte so so hätten wir äh ach die Huberta wohnt auch alleine ne Huberta und Luthomir das habe ich nur noch nicht benannt Huberta und Luthomir zu mir so äh Holzfäller da da wohnen jetzt Vladislava und Milogost was für Namen das t geht nicht mehr aber egal hab ich den richtig geschrieben ja Vlad dis mit y wups Moment das korrigieren wir Vladislava so ok dann die nächsten die müssen natürlich einzeln einziehen äh ja da kann er in das Haus und der geht in die Mine so und dann haben wir noch hier Luthomir der ist auch erst 18 der geht in das andere Haus und auch der geht in die Mine sehr schön dann brauchen wir noch zwei Damen äh ich muss die Häuser noch benennen das habe ich noch gar nicht benannt Gossislava G-O-S-Z-I-S Lava und Lubovit Gossislava und Lubovit mit D ne schreibt er sich ups wo ist es hin ja mit D schreibt er sich Gossis ja passt so und hier haben wir dann Nidamir Nidamir und hier wohnt Lubomir Lubomir so okay haben wir das geklärt wo ist Hedi äh da so Ostoria ist unser nächstes Ziel wie gesagt brauchen wir noch zwei Damen damen muss vorsichtig durch sehr schön zwei Damen brauchen wir noch hoffen wir das in Ostoria welche sind weil ich gerade wie ich am geschicktesten reite nach Ostoria ja glaub tatsächlich den Weg hier oder den den könnten wir auch da bis zur Kreuzung und dann da lang ja machen wir noch was trinken das können wir aber gleich in Ostoria machen das brauchen wir nicht hier weil in Ostoria sind müssen wir eh absteigen und da sind wir auch direkt am Wasser da können wir da noch ein Schlückchen nehmen hm hm da ist ein Wagen Also ne, das ist... Den haben wir schon... schon leer geräumt. Den haben wir schon. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal wieder was nachspawnt mit der Zeit. Hätte man natürlich jetzt gucken können. Aber wir kommen nochmal wieder hier hin, mit Sicherheit. Mit Sicherheit kommen wir da nochmal hin. IA. Da müssen wir lang. Ups. Ne, Moment. Jetzt muss ich gerade gucken. Wir reiten da unten lang. Einfach hier unten. Let's go. Ah, freue mich schon, wenn wir die ganzen Leute haben. Dann können wir nämlich... Dann kriegen wir so richtig viel Erz. Und dann kann ich vor allen Dingen auch wieder Steine produzieren lassen. Und mehr Kalkstein. Dann braucht das... Brauchen nämlich die... Äh... Grabungsschuppen kein Kupfer mehr machen. Das kriegen wir dann über die Mine. Dann können die nämlich Zinn und... Kupfer produzieren. Und ich kann dann, äh... Ein bisschen Eisen noch machen lassen. Aber aktuell kann ich, wie gesagt, eh keine Eisenwerkzeuge produzieren. Da fehlt mir einfach noch die Technologie. Die nötige. Die brauchen wir erst noch. Ich glaube, die kriegen wir auch erst mit der Schmiede 3, ne? Und das dauert einfach noch. Oh, ein Wagen. Ein Wägelchen. Gucken wir natürlich mal. Was haben wir denn da? Ein Holzhammer. Und Münzen sind immer gut. Bretter, Weizen. Können wir auch gebrauchen. Stein, Sichel ist auch okay. So, haben wir, glaube ich, alles. Weiter geht's. Wird auch schon Abend, aber... Ich bin echt mal gespannt, was hier noch für Quests kommen. Und vor allen Dingen, wann. Ich habe ja Hoffnung, dass die mit dem... Update, also mit dem Multiplayer-Update für Konsole und die anderen Plattformen kommt. Und, dass da noch einiges an Quests dazu kommen. Das wäre schön. Dass wir da nochmal wieder ein paar schöne Story-Quests kriegen. Das wäre echt schön. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo hier die Dudes... Also, sie sitzen hier vorne irgendwo. Da sind sie. Zwei Mädels brauche ich. Für mehr habe ich keine Häuser und ich muss was trinken. Das machen wir gerade, bevor ich das vergesse. Hast du was für mich? Eine Korotte? Sehr gut. Zwei Damen. Ja, so viel dazu. Hier sitzt genau eine. Zibora. Ja, du hast alles Zweier. Alles Zweier ist völlig okay. Ich bin auch dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Das ist die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe. Ja, ihr meine Herren geht leider leer aus. Was haben wir denn? Zweier. Zweier. Da kann... Überleben und Crafting. Der wäre auch gut für Gewinnung. Aber ich habe... So, da hat alles Zweier und der... Oh, Landwirtschaft, Gewinnung und Diplomatie. Der ist auch gut. Aber, ja. Habe ich leider gerade keinen Platz für. 23 ist sie, das passt. Können wir zum Lugumir tun. Und auch sie kann dann in die Mine. So. Muss ich das Haus noch umbenennen? Zibora und Lugumir. Zibora und Lugumir. Sehr gut. Äh, Moment. Da. Zibora. Richtig geschrieben. Jawohl. Sehr schön. Ja, sind gute Leute hier, aber die kann ich leider gerade nicht mitnehmen, weil ich habe keine Häuser mehr. Müsste ich erstmal wieder bauen. Wir sehen uns im Dorf. Was essen sollte ich noch? Sehr schön. Ja, dann haben wir alles, ne? Alles soweit erledigt. Achso, was ich noch machen könnte. Die Grabungsschuppen jetzt umstellen. Dass die... Mine soll hauptsächlich... Ah ja, Salz sollen sie auch machen. Aber bei weitem nicht so viel. Ein Prozent reicht. Kupfererz können die noch mitmachen. Eisenerz mal deutlich weniger. Weil, wie gesagt, ich kann das überhaupt noch gar nicht verarbeiten. Das ist einfach, dass wir halt einen kleinen Vorrat an Eisenerz kriegen im Laufe der Zeit. Aber Kupfer können sie jetzt abbauen. Ich gucke mal, dass wir Kupfer und Zinn sind möglichst gleich. Da können wir... Da können wir... 40... Ja, so ist okay. Passt. So, und dann können die Grabungsschuppen... Och, den Holzschuppen habe ich noch gar nicht eingestellt. Upsi. Holzstämme. Ist natürlich blöd, wenn die gar nichts zu tun haben, ne? Stöcke kann er mal ein paar machen. Zehn Prozent reicht. Brennholz. Könnt ihr noch machen. Und Bretter natürlich. So, passt das. Er macht zwölf Holzstämme, 22 Bretter, 57 Brennholz am Tag. Ja. Das ist okay. So, Grabungsschuppen wollte ich noch umstellen. Die wollen jetzt nämlich kein Kupfer mehr machen. Da haben wir jetzt genug. Die können sich mehr um Stein und vor allen Dingen auch Kalkstein jetzt kümmern. Und Ton. Dass wir ein bisschen Tonsachen machen können. Kalkstein ist wichtig, dass wir anfangen... wirklich anfangen können, die Häuser zu verputzen. Ja, mach das... Machen wir so. Und wir haben ja noch den Zweiten. Der kann auch aufhören mit dem Kupfererz. Ah, der macht auch Ton. Okay. Kalkstein. Kalkstein. Und Stein natürlich. Weil Steine werden wir auch immer noch wieder viel brauchen. So sieht das doch ganz gut aus. So, und damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und da. Dann. Dann.